Beruhigen Sie sich, der kommt doch nicht weit! Naja, so oder so ähnlich wird immer noch viel über die Reichweite von Elektro-Ottos rumgewitzelt. Dabei hat sich in dieser Hinsicht inzwischen eine Menge getan. Aber viel interessanter ist doch die Frage, welche Rolle hat die Reichweite im Alltag wirklich und wie wird sie überhaupt bestimmt. Und genau darum geht es jetzt. Wenn man Bedenken gegenüber Elektro-Ottos hört, dann ist die hier auf Platz 1. Die Reichweitenangst. Das Thema Reichweite bietet nicht nur Stoff für Pointen. Viele, die überlegen auf ein Elektro-Auto umzusteigen, beschäftigt diese Frage ernsthaft. Also vielleicht auch dich. Aber beruhen die Bedenken in Sachen Reichweite tatsächlich auf Fakten? Oder handelt es sich nicht vielmehr um Vorurteile? Wie weit komme ich überhaupt mit einem E-Auto? Kann ich mit einem Elektro-Auto wirklich meinen Benzin ersetzen? Tankstellen gibt es ja reichlich, aber auch Ladesäulen? Und wie lange stehe ich an einer Ladesäule, wenn ich nachladen muss? Und was mache ich eigentlich, wenn keine Ladestation zu finden ist? Das sind Fragen, die vielleicht auch dich beschäftigen. Aber ich habe gute Nachrichten. Die Fragen lassen sich alle beantworten und alle Bedenken auch ganz schnell klären. Also los geht's! Die Elektro-Flotten aller bekannten Hersteller werden im Verbrauch immer sparsamer. Die Akkus leistungsstärker und die Ladedauer immer kürzer, da ja auch immer mehr Elektro-Auto-Schnellladen unterstützen. So lädt zum Beispiel der Opel Corsa E seinen 50 Kilowattstunden Akku an einer Schnellladesäule mit einer Ladeleistung von 100 kW in gerade einmal 30 Minuten zu 80 Prozent auf. Und auch die Infrastruktur der Ladepunkte wächst täglich. Da habe ich doch direkt wieder eine Quizfrage. Weißt du, wie viele Ladestationen es insgesamt in Deutschland gibt? Schätz doch mal spontan. Ah, Mist, da ist die Zeit schon um. Es sind über 64.000 Ladepunkte in Deutschland. Hättest du das gedacht? Nice, oder? Geladen wird in aller Regel nämlich da, wo das Auto sowieso steht. Zum Beispiel zu Hause, wenn man eine eigene Wallbox hat oder beim Arbeitgeber oder aber an den mittlerweile vielen verfügbaren Ladepunkten beim Einzelhandel, während man einkauft. Wenn man mal auf längeren Strecken unterwegs ist, kombiniert man dann das Schnellladen mit einer Rast, um sich die Füße zu vertreten, etwas zu essen, einfach zu entspannen. Ach, ich liebe das. Und gerade hier ist das Ladeangebot deutlich gewachsen und es werden immer mehr Standorte an den Autobahnen und Fernverkehrswegen eröffnet. Aber räumen wir doch mal bitte mit dem hartnäckigsten Mythos auf, dass Elektroautos generell eine zu geringe Reichweite haben. Diese Annahme ist längst überholt. Die aktuellen Elektroautoflotten der Automobilhersteller haben inzwischen eine durchschnittliche Reichweite von 350 Kilometern. Und davon ausgehend, dass die Deutschen im Durchschnitt rund 35 Kilometer pro Tag unterwegs sind, kann eine Ladung also bis zu zehn Tage reichen, ohne Stopp an einer Ladesäule. Entsprechend können aber selbst ältere Elektroautomodelle, zum Beispiel vom Gebrauchtwagenmarkt, mit ihrer Reichweite absolut ausreichend sein. Wenn du mal überschlägst, wie viele Kilometer du persönlich pro Tag so durchschnittlich fährst, wird schnell deutlich, wie hoch die Reichweite deines Elektroautos tatsächlich sein muss. Als Berufspendler oder auf dem Land legst du täglich vermutlich längere Strecken zurück als jemand, der in der Stadt lebt. Es kommt also immer auf das persönliche Fahrprofil an. Aber selbst auf längeren Strecken ist ein Elektroauto mit riesiger Reichweite nicht unbedingt notwendig. Alternativ kannst du dich auch für ein Modell mit der Möglichkeit zum Schnellladen entscheiden. Damit läuft der Ladevorgang während einer Rast einfach so nebenher. Dein Elektroauto und du fahren dann im Anschluss mit neuer Energie einfach weiter. Die Reichweite wird in erster Instanz vom Hersteller angegeben. Und da stellt sich natürlich gleich die Frage, wie ermitteln eigentlich die Autohersteller die Reichweite von Elektroautos? Die Angaben der Reichweite wird von den Herstellern einfach gewürfelt. 300? Nee. 600 Kilometer! Das ist natürlich totaler Quatsch. Jedes Elektroauto unterliegt natürlich einer strengen Prüfung. Wenn du dir auf den Websites der Autohersteller verschiedene Elektroautomodelle anschaust, dann wirst du früher oder später über die Kürzel NEFZ, NEDC oder vor allem WLTP stolpern. Gucken wir uns gemeinsam an, was das eigentlich alles bedeutet. NEFZ steht für neuer europäischer Fahrzyklus und NEDC für New European Driving Cycle. Beides steht für standardisierte Verfahren, bei denen der Verbrauch von Autos ermittelt wurde. Und dafür waren die Wagen für 20 Minuten auf dem Prüfstand, in dem unterschiedliche Bedingungen simuliert wurden. Also zum Beispiel eine Stadt oder eine Überlandfahrt mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Und anhand dieser Tests wurde der Verbrauch der Fahrzeuge dann bestimmt. Und da die Autos alle unter den gleichen Bedingungen getestet wurden, war so dann eben ein Vergleich der Reichweiten von verschiedenen Autos möglich. Warum ich in der Vergangenheit spreche? Ja, dieses Fahrzyklusverfahren wurde in der Vergangenheit zu Recht viel kritisiert, weil die reale Reichweite der Elektroautos den simulierten Angaben nicht ansatzweise standhalten konnte. Die Messwerte waren also nicht ausreichend praxisnah. Eine Kritik, die übrigens auch an den Verbrauchswerten der getesteten Verbrenner geäußert wurde. 2017 reagierte die United Nations Economic Commission for Europe, kurz UNICE, mit einem neu entwickelten Messverfahren, dem sogenannten WLTP, also dem World Wide Harmonized Light Duty Test Procedure. WLTC ist die Abkürzung für World Wide Light Duty Test Cycle, also eben der Fahrzyklus dieses neuen Messverfahrens. Und das ist neu. Erstens die Raumtemperatur, zweitens die Fahrstrecke, drittens die Prüfzeit, viertens die Fahrgeschwindigkeit und fünftens modellbedingt separate Prüfungen. Und so läuft das Messverfahren dann ab. In so einer Testkammer wird getestet. Die Basis für den Test bilden ein leeres Fahrzeug, ein Fahrer oder eine Fahrerin mit einem Körpergewicht von 75 Kilogramm. Statt mit Menschen dürfen die Tests auf dem Prüfstand auch mit Fahrrobottern durchgeführt werden. Der neue Fahrzyklus beginnt auf dem Rollenprüfstand mit kaltem Motor. Die Raumtemperatur in der Testkammer beträgt exakt 23 Grad Celsius. Allerdings wird in Europa zusätzlich bei 14 Grad Celsius geprüft der europäischen Durchschnittstemperatur. Die neue Fahrstrecke misst 23 Kilometer und dauert 30 Minuten. In der Fahrzeugklasse 3, in welche die meisten Elektroautos im Straßenverkehr aufgrund ihrer Aufbauart und ihrem Zweck fallen, werden die Stromer in vier Abschnitten geprüft. Mit unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten. Eine simulierte Stadtfahrt mit einem Grenzwert von 56,5 kmh. Über Land geht es mit maximal 76,6 kmh und die Simulation über die Autobahn wird mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten getestet. 97,4 kmh und 131,3 kmh. Warum das so unglatte Zahlen sind? Keine Ahnung. Außerdem werden anders als früher alle erhältlichen Motoren und Getriebekombinationen eines Modells separat geprüft. Das WLTP-Testverfahren bietet also einen verlässlichen Algorithmus zur Berechnung der optimalen Betriebspunkte. Übrigens seit dem 1. September 2019 müssen in Deutschland alle erst zugelassenen Neuwagen nach diesem WLTP-Verfahren geprüft sein. Mit dem neuen Prüfverfahren kannst du dich also spätestens seit September 2019 auf die von den Herstellern angegebenen Reichweite verlassen? Oder? Grundsätzlich ja. Und doch können die Angaben in der Realität noch etwas abweichen. Dazu kommen wir jetzt mit der Frage, wie verlässlich sind die Herstellerangaben? Grundsätzlich ist die Angabe der Hersteller erst einmal jetzt nicht falsch, auch wenn sich die Reichweite in deinem Alltag schon ein bisschen anders verhält. Denn darauf haben die Hersteller keinen Einfluss. Auch du fährst als Autofahrerin oder Autofahrer vermutlich einfach anders als die anderen. Und mal ehrlich, hältst du dich konsequent immer an die empfohlenen Geschwindigkeiten, die der Prüftechnik zugrunde liegen? Übrigens, unser Fahrverhalten beeinflusst ja auch maßgeblich den Verbrauch eines Verbrenners. Wenn du mit 180 Sachen von Hamburg nach Stuttgart fährst, ist dein Tank ja schneller leer, als wenn du konstant mit 100 oder 120 kmh unterwegs bist. Ob also beim E-Auto oder beim Verbrenner, das Fahrverhalten macht den Unterschied. Die individuellen Fahrstile lassen sich allerdings nur schwer in so einem standardisierten Prüfverfahren darstellen. Und schon deshalb kann die angegebene Reichweite deines Elektroautos im Alltag abweichen. Gut zu wissen! Ach ja, jahreszeitliche Unterschiede werden in dem neuen Messverfahren zum Beispiel gar nicht wieder gespiegelt. Deshalb werden im Testzyklus weder Klimaanlage noch Sitzheizung angeschaltet. Tatsächlich können diese beiden Komponenten allerdings die Akkulaufzeit deines E-Autos beeinflussen. Zusammengefasst, ein globales Prüfverfahren muss mit durchschnittlichen Messgrößen arbeiten, um auf ein nennbares Ergebnis zu kommen. Abweichungen dieser festgelegten Parameter beeinflussen natürlich die Angaben des Messverfahrens. Verlass dich am besten also nicht komplett auf die Herstellerangaben und schau, wie du selbst deine Reichweite positiv beeinflussen kannst. Aber dazu gleich mehr. Wenn du tiefer in das Thema Messverfahren und Reichweite eintauchen möchtest, dann findest du in der Infobox unterhalb des Videos weitere Informationen und Links zum EnBW Magazin, auf dem du in Sachen E-Mobilität sowieso immer gut informiert wirst. Wenn du bereits E-Mobil unterwegs bist oder auf Elektromobilität umsteigen möchtest, dann wirst du schon mit der Zeit ein Gefühl dafür bekommen, wie sich dein persönlicher Fahrstil auf die Reichweite deines Elektroautos auswirkt. Wie du das positiv beeinflussen kannst, erkläre ich dir mit vier einfachen Tipps. Also, wie kann man die Reichweite eines E-Autos beeinflussen? Tipp 1 Fahrstil optimieren. Im Grunde ist der Tipp ganz einfach. Ein sportlicher Fahrstil macht auch in einem Elektroauto so richtig Spaß, aber das erhöht dann den Energieverbrauch und beeinflusst automatisch auch deine Reichweite. Also ich persönlich mache es so, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe für längere Ladepausen, dann gebe ich auch mal ordentlich Strom, weil dann muss ich auch mehr laden. Wenn ich allerdings keine Zeit habe, fahre ich schön effizient bei 120 kmh über die Autobahn. Deshalb lass dir bloß den Fahrspaß beim Elektroauto nicht nehmen, aber geh auch ein bisschen sparsam damit um. Wenn du mit deinem Elektroauto umsichtig fährst, dann verbrauchst du eben auch weniger. Genauso wie bei einem Verbrenner. Du kannst also die Reichweite deines Elektroautos voll ausschöpfen, indem du gleichmäßig mit mittlerer Geschwindigkeit fährst und eher selten stark beschleunigst. Übrigens, viele Modelle haben einen batterieschonenden Energiesparmodus. Wenn du diese Funktion anschaltest, dann beschleunigt das Elektroauto beispielsweise nicht so stark, wenn du aufs Strompedal trittst. Außerdem werden Energiefresser wie die Klimaanlage eingeschränkt betrieben. Tipp 2 E-Auto warm halten. Die Außentemperaturen haben einen Einfluss auf die Reichweite deines Elektroautos. Die chemischen Reaktionen, die in der Batterie stattfinden, benötigen bei Kälte einfach mehr Energie, sodass der Verbrauch dann höher ausfällt. Deshalb kommst du mit einer Akkuladung im Sommer immer deutlich weiter als im Winter. Wenn du also die Möglichkeit hast, deinen Wagen im Winter vor der Kälte zu schützen, zum Beispiel in der Garage, dann wirkt sich das positiv auf die Reichweite deines Fahrzeugs aus. Tipp 3 Komfortzone verlassen. Sowohl im Sommer als auch im Winter gilt, je mehr Technik du im Auto verwendest, desto schneller entlädt sich auch die Batterie. Das gilt nicht nur für die Heizung, sondern auch für die Klimaanlage. Natürlich solltest du beim Autofahren jetzt nicht frieren oder auch nicht schwitzen. Aber wenn es darum geht, die Reichweite voll auszuschöpfen, dann lohnt es sich einen Blick auf diese Komfortzone zu werfen und beide Anlagen so gering wie nötig zu nutzen. Mein Tipp? Schaltet die Sitzheizung an und nicht so sehr die normale Heizung, weil die verbraucht deutlich weniger Strom und es bleibt trotzdem schön gemütlich warm. Bei vielen neueren Modellen ist der Verbrauch dieser Anlagen im Übrigen gar nicht mehr so kritisch. Die Hersteller arbeiten stetig daran, die eingebauten Systeme immer sparsamer zu machen. Stichwort Wärmepumpe. Tipp 4 Rekuperation nutzen. Rekuperation. Was für ein Wort. Da gewinnt ihr bei jeder Scrabble-Runde. Aber keine Panik. Das Thema ist jetzt nicht nur was für Elektroauto-Nerds, sondern für alle Spann, die mit dem Elektroauto unterwegs sind. Oder die es vorhaben. Der Begriff Rekuperation leitet sich aus dem Lateinischen ab. Rekuperare. Bedeutet wiedererlangen. Also wiedererlangen heißt in diesem Fall effektive Energierückgewinnung für deinen Akku. Und das schon während der Fahrt. Das klingt gut, oder? Finde ich auch. Und so funktioniert's. Wenn du schon mal ein Elektroauto gefahren bist, dann kennst du das Gefühl. Sobald du den Fuß vom Strompedal nimmst, dann bremst das Auto relativ zügig ab. Der Widerstand ist deutlich spürbar. Und genau das ist diese Rekuperation. Der Elektromotor wird dann nämlich zum Generator. Und lädt durch die rollenden Räder und die wirkende kinetische Energie dann die Batterie deines Elektroautos wieder ein bisschen auf. It's magic! Beim Elektroauto kann der durch den Generator generierte und gespeicherte Strom dann anschließend direkt wieder zum Beschleunigen genutzt werden. Die Stärke der Rekuperation ist beim E-Auto regulierbar. Je nach eingestellter Stufe entschleunigt das Fahrzeug dann durch die Rekuperation stärker oder schwächer. Und du musst dann weniger oder mehr bremsen. Natürlich ist das aktive Bremsen aber jederzeit weiterhin möglich. Ein weiterer Vorteil der Rekuperation, wenn das Auto über den Motor statt eben über die Bremsscheiben und die Reifen abbremst, entsteht kein Abrieb. Also viel weniger Bremsstaub. Beim Thema Reichweite hast du die Fäden auch selbst in der Hand, wie weit du mit deinem Elektroauto kommst und brauchst am Ende nur das passende Modell für dich. Aber wie fittest du das perfekte E-Auto für deine Bedürfnisse? Im Alltag spielt die tatsächliche Reichweite eines Elektroautos in der Regel nicht so eine große Rolle, sofern du jetzt nicht täglich mehr als 300 Kilometer unterwegs bist. In dem Fall solltest du natürlich auf eine höhere Reichweite Wert legen, aber auch auf schnelles Laden. So kannst du auch während eines kurzen Stopps genug Strom für den nächsten Streckenabschnitt laden. Auf dem E-Automarkt, neu oder gebraucht, gibt es für jeden Bedarf ein passendes Elektroauto mit optimaler Reichweite. Im Grunde hängt alles davon ab, wie du dein Elektrofahrzeug einsetzen möchtest. Und wenn du in der Stadt lebst und eher kurze Strecken fährst, wie zur Arbeit oder zum Einkaufen, dann bist du mit so einem kleinen Stadtflitzer ja gut beraten. Da gibt es die ganz kleinen Modelle wie etwa den Smart EQ42 mit 140 Kilometern. Mit den kleinen Hinguckern wird auch in der Regel die Parkplatzsuche viel einfacher. Allerdings sollte angesichts der kleinen Kofferräume der Einkauf jetzt nicht zu groß ausfallen. Für kleine Familien eignen sich vielleicht eher die Modelle Renault Zoe, der Peugeot E208 oder auch der Opel Corsa E. Diese beliebten Elektroautomodelle für die Stadt sind Viersitzer und mit ihrer Reichweite auch für Ausflüge an den See oder ins Grüne gut geeignet. Fährst du hingegen eher lange Strecken, solltest du dich nach einem Elektroauto mit einer größeren Reichweite umsehen. Für das Tesla Model S bestätigt der neue Prüftest WLTP immer wieder Reichweiten von bis zu 610 Kilometer. Aber auch andere Hersteller bieten beliebte Modelle mit größerer Reichweite, wie zum Beispiel der Kia eSoul. Und wichtig, auch auf Langstrecken gibt es keinen Grund der Reichweitenangst wieder nachzugeben. Schließlich gibt es auf Autobahnen immer mehr Schnellladestationen. Reichweitenangst hat heute mehr mit Mythen zu tun, als mit dem Alltag als E-Auto-Fahrer und Fahrerin, da die Fakten eine ganz andere Geschichte erzählen. Wenn du auf der Suche nach einem passenden Elektroauto bist, dann nutze das Angebot der EnBW und gehe gleich mal auf den E-Auto-Finder oder lade dir die EnBW Mobility Plus App herunter. Weitere Infos und nen Link habe ich für dich wie immer in der Infobox hinterlegt. Das war's auch schon wieder. Wenn du jetzt weitere Fragen zum Thema hast, dann schau wie gesagt unbedingt in der Infobox vorbei. Dort habe ich dir auch das EnBW Magazin verlinkt. Ansonsten hinterlass uns gerne einen Kommentar, dann können wir uns als Community gegenseitig austauschen und helfen. Lass doch ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat und wenn du den Kanal abonnierst, unbedingt die Glocke drücken, weil dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Wie zum Beispiel die hier. Ach, die schaue ich mir jetzt an. Bis bald. Warte, warte. Ja, genau so. Das ist mein Lieblingspart. Stimmt. Ich weiß ja alles auswendig. Natürlich. Ich habe ganz vergessen, dass ich schlau bin. Nur einen Doktor, kein Professor. Sehr gut. Das war's. Ich weiß.